Hallo, mein Name ist Thomas Siebert und ich möchte euch heute einen Koffer aus unserer genialen Musterkoffer-Serie vorstellen. Heute befassen wir uns mit dem Koffer Zaunmatten. Ich zeige euch mal, was drin ist. Wie in all unseren Koffern ist innenliegend nochmal eine Übersicht über die enthaltenen Materialien. Gleich obendrauf unser Fächer für die Sichtschutzmuster. Auch die sind im Koffer enthalten. Weiterhin starten wir auf der einen Seite mit unseren Stabmatten. Zum einen die Einfachstabmatte Michel, die Doppelstabmatte Moritz 656 und die Doppelstabmatte Max 868. Als nächstes unser Verkaufsschlager Barcelona und der Einstieg in das Schmuckzaunsegment Valencia. Und weiterhin das Modell Turin aus der Serie Residenzen Classic. Zeichnet sich aus durch die U-Stahlprofilierung und Rundstab. Als nächstes unsere Residenz Classic, die schwere Variante. Zeichnet sich auch durch die U-Profilierung, hier allerdings mit Vierkantstäben. Weiterhin das Modell Paris mit den gedrillten Stäben. Ein Modell von unseren Residenzen Select. Ein sehr moderner, hochwertiger Zaun. Einmal mit Spitze, Kugel, Pyramide. Und das Beste zum Schluss. Ein Modell aus unserer Serie Residenzen Premium. Das ist ein Schmiedezaun. Das ist noch ehrliche und sehr hochwertige Handwerkskunst. Wer sowas mal in der Hand gehabt hat, der weiß, wovon ich rede. Wie in jedem unserer Musterkoffer eine Übersicht über weitere Produkte aus unserem Portfolio in Papierform. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hier ist die kleinste und kompakteste Zaunaufstellung der Welt. Ein Top-Verkaufswerkzeug für jeden, der mehr Umsatz generieren will. Alle weiteren Videos über unseren Musterkoffer findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Den abonnieren und ihr seid immer auf Stand. Ich sage bis bald. Produkte der Deutschen Zauntechnik. Erhältlich in ihrem Zaun- und Baustofffachhandel. Tschüss. Gacht, Regeln R وسatTC den거나istenInnen. Bis bald. Hbeit, Gcke. Popp bass, Glock, Glock, Säker. Bis bald. Hrecht, Glock, 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 Glock oder